Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Habt ihr auch das Problem in OBS, dass wenn ihr eine Gameaufnahme machen wollt oder eine Screenaufnahme, dass entweder das Game schwarz bleibt oder die Bildschirmaufnahme in OBS schwarz bleibt? Dann seid ihr hier genau richtig, denn ich werde euch helfen dieses Problem zu beheben. So, ich muss dazu sagen, ich habe in der Vergangenheit auch ein Video dazu gemacht, allerdings war der Weg da ein anderer, der ging über die Windows Option. Also falls ihr jetzt in dem Video hier das nicht euer Problem löst, dann müsst ihr nochmal vielleicht gegebenenfalls mal ein anderes Video gucken zu den Windows Optionen, dann solltet ihr auf jeden Fall das Problem gelöst haben. In meinem Fall jetzt ist es so richtig eingestellt, dass ich eine Gameaufnahme, wenn ich jetzt starten würde, würde ich sehen, würde nicht schwarz bleiben. Aber wie ihr seht jetzt gerade hier, Screenaufnahme bleibt einfach schwarz. So, und wie ihr das behebt, zeige ich euch jetzt. Also das ist sehr einfach. Ihr geht einfach auf eure, also wenn ihr hier Add hinzufügen, Bildschirmaufnahme gemacht habt, geht ihr auf eure Bildschirmaufnahme. Wie ihr seht, seht ihr hier gar nichts. Und jetzt müsst ihr hier bei Aufnahmemethode, da statt automatisch gebt ihr Windows an. Und das war schon alles. Jetzt könnt ihr wieder euren Screen sehen, aufnehmen und so weiter. Ich weiß nicht warum es so ist, dass bei automatisch das nicht funktioniert, aber ihr müsst einfach nur auf Windows ändern und schon ist euer Problem gelöst und ihr könnt wieder eine Screenaufnahme machen. Ganz einfache Geschichte. Ja Leute, wenn das Video für euch hilfreich war, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Sub und was auch immer, was ihr wollt. Wäre ich sehr dankbar drüber und ja, ansonsten dann hoffe ich, das Video hat euch geholfen und haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.